Okay, also wir sind immer noch auf der Suche nach einer Fackel oder sowas in der Art. Ich habe keinen Chip. Wie geht es hier denn irgendwie weiter? Also, okay, hier geht es weiter. Okay. Oh, ich weiß, dass es uns im Dunkeln immer nicht so gut geht. Da hinten ist... Und hier, ja, ja. Okay. Wir müssen eine Runde balancieren. Ja, 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 wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Also, uns geht es denn immer nicht so gut anscheinend. Halt dich doch fest! Okay, lass dich fallen. Ich weiß es nicht. I don't know. You used to mouse, NWSR to struggle. Okay. Ja. Ich weiß es doch auch nicht. Also, uns geht es nicht so gut. Irgendwie kommt mir das vor wie bei The Forest hier. Okay, wie kann ich denn... Okay, sind wir jetzt gestorben? Sind wir... Was, 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 was passiert jetzt? Wurden wir jetzt zum Monster? Hm, aber wir haben Verbrennung, also, das sieht nicht gut aus. Ja. Und ich frag mich immer noch, was ist das für ein Armband, was die da so rum hat? Ja. Also, wo sind wir jetzt... Ja. Das ist ne gute Frage. Warum kann ich diesen Stein hier nehmen? Warum zittert der so? Okay. Habe ich magische Kräfte? Ich weiß es nicht. Und ich hab auch diesmal nicht den Chat dabei. Ich nehme es ja ganze... Stream auf. Oh. What? Was ist das, ein Kompass? Ich erinnere mich nicht. Wie komm ich jetzt da rein? Also, ich muss ja anscheinend da hin. Irgendwie. Hä? Kann ich da irgendwas machen? Der Spin nimmt sich auch gar nicht an die Hand, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wie komm ich jetzt da hin? Warum sind wir jetzt so rein? Ich kann einfach... Nichts... Hey. Wie geht's dir? Christ's Name. Selim, wie kann ich ihn verlassen? Ich weiß, ich weiß, es macht alles, was er gesagt hat, aber es ist so dumm, selbst-sacrifice und blöde. Hör, ich weiß Selim, und ich weiß dich. Ich weiß, was du bist. Er wird es machen, und du zurückkommst zu ihm, selbst wenn all der Hölle steht in deinem Weg. Ich bin so fucking scared, Hank. Ich weiß. Okay, ich, äh, ich verstehe nichts. Aber wir sind, wir gehen weiter. Wir gehen, wir gehen weiter. Ist völlig in Ordnung für mich. Auch wenn ich von dem Game gerade nothing verstehe. Okay, gar nichts. Hm? Alice? Ist das unsere Tochter? Also wir sind's ja nicht. Ich hab ja zuerst gedacht, dass wir das sind, aber wir sind es nicht. Und was hat es mit diesen Aliens auf sich? Jemand hier? Kann mir jemand helfen? So ein bisschen? Und mir kurz erklären. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Hier auch. Okay, ich verstehe. Wir gehen doch erstmal nach, wir gehen nicht nach oben. Shit! Ja, war das jetzt so clever von mir? Ich glaube mal nicht. Und warum, achso, es lässt sich, okay, es lässt sich nicht weiter öffnen. Und was sind das für Pflanzen? Also, cool, Lichtquelle. Ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt. Was ist die Story? Also, ja, wir suchen immer noch Sally, unseren Mann. So, wir haben ein Artefakt an der Hand gehabt. Nein, nein, wir gehen kurz zurück. Wir wollen erstmal nochmal kurz erkunden gehen, ob es hier noch weitere Sachen gibt, wie das hier. Okay, ich kann es anmachen, aber bringt mir das irgendwas? Also, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Weil es so schön ist. Und wir jetzt anscheinend in der anderen Welt sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist die Welt, wo wir, die wir gesehen haben, wo wir abgestürzt sind. Ja, das denke ich mir auch gerade. Was ist da für eine Statue? Kann ich die schubsen? Geh da... Irgendwie weg? Verrutt. Okay. Haben wir. Was passiert hier? Also, sterben wir und verwandeln wir uns denn und... Haben wir fiese Flashbacks? Und wachen dann auf einmal wieder irgendwo anders auf. Nee, doch nicht. Also doch, also wir sind ja woanders, oder? Und uns geht es immer schlechter. Habe ich das Gefühl. Ah, okay. Also, gut. Wir sind anscheinend gestorben. Würde ich jetzt mal behaupten. Äh, und müssen jetzt den Pfad nochmal langlaufen? Okay, also wir hätten anscheinend hier, sind wir anscheinend umgekommen. Okay. Okay. So, jetzt sind wir hier vorne. Bei der Statue. Wenn ja wir... I don't know. It's glowing again, okay. Was haben wir denn hier? Okay. Nice progress. Time does not change things. Light does not move across the sky. Nor does it grow dimmer or brighter. And yet time must pass. My mouth is dry and I feel the pangs of hunger. Weaver... We are where the body changed, but time does not pass, pass for the world around. Is that was, is that what has happened? Is this whole world frozen in a moment after destruction? How could I ever tell and what would change if I knew the answer? I given up on the attempt to find the portal. I have no notions that I could apply various predictions on the weakness of the fabric between the worlds, if only I could map them in some form. Okay, also die Zeit vergeht anscheinend hier langsamer oder schneller, je nachdem, wo man sich befindet. Aber der Körper, ich sag jetzt mal, altert nicht, während man in diesem Zustand ist. Okay, ich dachte, wir können einfach runterlaufen, aber anscheinend nicht. Okay, weiter geht's. Also, ich weiß ja nicht. Wir folgen mal den Lichtern. Weiter hinten geht's auch nochmal lang. Wir folgen trotzdem mal den Lichtern. Okay. Achso. Why are holding our backflowers? Press longer to go further. Nice. Wir können also Sachen wieder werfen. Wie schon in den Teilen davor. Haben hier so eine kaputte Map? Ah. Testament. Four days off. Okay. Uh oh. Okay. Was haben wir hier? I'm defeated. This is no way back. There is no where, no where to go. I've searched for a portal, but there is none. I have triangulate the weakest points with lewis calculations, but I cannot tear a rift for it. Do not have a traveler. I did not. Oh, we had to so an Umbled. Das ist wahrscheinlich das Ding, was war im Armhaben. I did not heed Brenenberg's warning. Yet, oh, da ist wieder der Brenenberg. Yet, what choice did I have? The shadow sense, the orb. I had to risk all and step through the portal. There is no water and no other means of substance. I will not live long. If you read, if you reader, traveler, from whatever would you, would you come? If you comprehend and if you knew enough to speak to those of human worlds called Earth, let them know this. I was the first to solve the mysteries of the gate builders. I was the first human to breach the boundaries between worlds. I, Professor Thurston, already Herbert, of Cambridge, England, was the first. God forgive me. Okay. Also, er war der Erste, der das hier alles gefunden hat. I suppose you are Professor Herbert. I should have a mask to what the thing is going on. Ein Stift. Und das scheint hier Professor Herbert zu sein. Toi, 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 toi. Weak ports, but not Amulet. Okay. Sehen wir dann hier irgendwie irgendwo, wo wir sind? Weil wir haben ja ein Amulet. Ne? Also, wir können ja hier mit diesem Amulet Sachen öffnen. There is a shadow of the dead in the ruins. Those who lived here were human or near it. So, perhaps this was a Sersuza. Sersuza? After all, or Eden, or some other stronghold of humanity. But whatever this place once was, it is a shadow. These must have been the gate builders. But what horror could cause the destructions? Surely even the shadow cannot destroy a whole world. There is no sign of a portal. Even if we are to find one. The orb was lost to the shadow. And I do not have another one. There is something else here string in the fog. I see bright lights as it hunts. And hear its cries. Do not think it is alive. Okay. Gut. Zum Glück haben wir, wie gesagt, so ein Amulet. Wo wir uns ja dahingehend helfen können, um hier wieder rauszukommen. Weil wir scheinen ja wirklich in einer anderen Welt zu sein. Und jetzt ist nur die Frage, wo sind diese weak points? In die Richtung auf jeden Fall. Oder besser direkt in die da, ja so da lang. Ist jetzt natürlich schlecht, dass wir jetzt hier lang gehen. Direkt durch die Nebel. Oh, und ich sehe nichts. Da hinten ist wieder was. Da können wir erstmal hinrennen. Okay. Okay, okay. Er rastet hier aus. Er rastet hier aus. Also vorhin scheint irgendwas... Großes zu sein, aber ich komme da nicht hin. Oh doch, da ist er! Oh doch, da ist er! Komm mal auf! Oh, thank god. This looks promising. Okay. Also wir sind back. Back in the game. Äh, okay, wir kommen auch nicht mehr zurück. Nope. What the hell was that? Moving while crouching press and that's noise. What? Oh Gott. Wo geht's denn jetzt? Also, ich dachte wir sind back in the game. Also back in, 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 in our hood. Sind wir aber anscheinend nicht? Hm. Okay, das scheint aber jemand zu sein, der... All dead. Ja, okay. Warum? Und warum schleiche ich? Weil die scheinen ja noch nicht böse zu sein. Also so. Gott! Okay, ich, ich weiß gar nicht. Also, was... Kann ich denn jetzt hier machen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hoffe. Okay, hier geht's nach oben. Weil wir müssen ja zu dem nächsten... Point of interest kommen. Also... Da hinten anscheinend. Da. Da, 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 da müssen wir hin. Ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hin? Okay, hier wahrscheinlich nicht lang. Wahrscheinlich eher so hier so lang. Und hier ist jetzt die Frage, macht das hier? Und hier ist jetzt die Frage, macht das hier? Wie? Okay, hier abheben. Wie komme ich jetzt da hin? Weil da scheint es ja zu sein. Aber ich muss einen mega Umweg laufen. Und darf anscheinend auch keine Geräusche machen, weil wir verfolgt werden. Ich, ich weiß es halt nicht. Weil wir hatten ja diesen Hinweis bekommen mit... Äh... Wir machen weniger Steps, wenn wir... So und so laufen. Okay. Okay, 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 okay. Also, wir haben es erstmal bis hierhin geschafft. Cool, 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 cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Aber ich würde sagen, ja. Ich sehe nichts. Aber hier sind auf jeden Fall nochmal Kerzen. Also... Licht, würde ich sagen, ist immer... Ist immer unser Freund. Und? Fuck. What the fuck? Was bist du? Muss ich mich hier jetzt verstecken vor den... blauen... Lichtern? Dann dürfen wir... Also dürfen die mich nicht scannen, oder? Was ist... Deren Bedürfnis? Okay, denen geht es allen nicht mehr so gut. Aber... Was könnte das... Ja, ich weiß es auch leider nicht. Okay. Also hinter uns ist erstmal keiner. Und ich muss jetzt das Ding hier raushauen, richtig? Okay, jetzt kann ich auch mal hier... Geht's jetzt hin? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bei uns zu Hause? Oh, Alice in Wonderland. Ja. Cool. Cool, 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 cool. Eine Krippe? Oh, wir sind Architekt, also... Architektin. Get out of here! Get out of here! Okay. Also wir scheiden entweder eine Künstlerin, Architektin oder sonst was zu sein, aber... Ja. Ja. Ja, cool. Unser Hochzeitsfoto. Okay. Okay. Cool. Okay. So gut, können wir denn... So gut, können wir denn... Salim? Okay. Salim? Hallo? Ich bin hier. Ja. Ich komme zu dir. Ja. Dein Gesicht ist... Was ist... Alice? Es scheint wirklich unsere Tochter zu sein. Alice! Alice! Nein! 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 Äh, kann ich irgendwo auch noch hin? Lol, okay. Was? Also, ich muss sagen, ich, ich verstehe wirklich nicht so viel bis jetzt von dem Game. Was? Woher? Aber okay. Alice? Selim? Ja, jetzt sind wir wieder in den Höhlen. Was ja einerseits okay ist, weil wir sind dann zumindest nicht mehr in dieser anderen Welt, aber trotzdem irgendwie... Ich frag mich immer, wie kommen wir hierhin? Also, wie sind wir hierher gekommen? Ja. Stimmt, ich kann nicht rennen. Okay. Okay, hier seh ich nicht so viel. So, damit es mir ein bisschen besser geht, machen wir es mal so. Das war jetzt natürlich nicht so flug. Äh, was kann ich damit machen? Okay. Nichts. Gut, hier geht's dann wieder weiter mit meiner Ruhe. Vielleicht war es nicht so. Professor Herbert called them rifts. Puls between worlds. Ja, aber warum? Okay, hier geht's nicht weiter. Na toll. Tolle West. Ja, und hier seh ich wieder nichts. Es ist, es ist, ey, also, es ist dunkel, es ist gruselig, es ist alle, einfach alles. Und die Streichhölzer halten einfach mal gar nicht. Ja, ich fühl mich auch grad nicht so gut. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Da hinten ist Licht. Ja, ich auch. Und hier gibt's, gibt's die Fackeln, die ich endlich mal mitnehmen kann? Nein, natürlich nicht. Dafür gibt's hier einen Durchgang. Warum? Hier, warte. Okay. Also, ich weiß ja nicht. Oh Gott! Was macht denn hier unser, unser... Nein! Das ist ja der Teddy hier, von dem wir mitgenommen haben. Oh, mein Herz. Was ist das? Alyssa. Alyssa will have a sister. I'm pregnant. Wir sind schwanger? Nein. Ich erinnere mich. Oh, shit. Shit. Ich erinnere mich. I'm pregnant. Ja, super, dass du dich jetzt dran erinnerst, dass du schwanger bist. Ich erinnere mich, dass du ihm in Paris sagst. Okay. Die Expedition. Wir kamen wirklich nicht, weil ich... Und warum geht man denn auf so eine Expedition, dann? Also... Die ist ja gefährlich. Oh, Christ. Salim. Wo gingst du? Ja, wo bist du denn? Salim? Oh Gott, bist du das? Nein, 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 bitte. Nein, nein, nein. Oh, oh. Oh, oh. Salim. No, please, my love. I'm here. I'm here now, please stay. Stay for me, please. My heart. You're my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. I know I will not live. It does not hurt now. I have lost you, Tazi. It is only for a time. I know you will escape. You carry something so precious. And one bright day we will all be together again. And know that you are my heart. Okay. Das ist natürlich... Ja. Schwere Kost. Muss man ganz klar sagen. Oh no. Wir haben zwar ne Lampe, aber ich seh' ihn nicht. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich kann hier nicht bleiben. Ich bin so, so, so in meinem Kopf. Ich mache alles, was ich kann, um mich sicher zu halten. Okay. Okay. Dann lauf doch. Warum läufst du nicht? Also. Das habe ich schon mal schneller gesehen. Vor allem. Ach doch. Also. Was ist denn? Warum? Ja, nun spring runter. Hm. Jaaa. Ich weiß jetzt nicht. Das lief jetzt nicht so gut. Oh fuck. Ja. Fuck this, I can't do this. Not without you. Not without you. Also. Why did you have to go? Jetzt hat er sich bestimmt nicht ausgesucht. Da war er auf der Suche nach dir. Also eigentlich. Obwohl du im Flugzeug warst. Die ganze Zeit. Nein. Nein. Ja doch. Nein. Nö. 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 Usammelschein. Ok? Wo ist jetzt unsere... Wo ist jetzt unsere... Wo ist jetzt die Taschenlampe...